Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Emergency 2012. Ja, wir haben gerade eine fehlgeschlagene Mission. Was ich auch nicht weiß warum, weil die Hunde sind alle weg und ich bin wieder dabei die Leute zu versorgen. Achso, du musst ja trotzdem weitermachen, ne? Ja, ja. So. Kann mich ja nicht zerteilen. Ach, da läuft noch ein Hund rum, guck mal hier unten. Ja, aber nicht, ne, ne, ist aber keiner, der gelb markiert ist auf der Karte. Der läuft da einfach so rum. Deswegen, einige Leute müssen ja nicht alle gleich toll gut haben, automatisch, wenn sie rumlaufen. Schadet ja nix. Ist denn halt so. Ja, wie gesagt, mit natürlich dabei der Ice Dragon. Genau. Und meine Wenigkeit der Bio. Letzte Folge jetzt sicher von Emergency 2012 mit der Schneekarte. Danach werden wir uns mal Hitze und Sturm angucken noch. Und die Folgen werden dann auch ein bisschen länger. Oder werden auf jeden Fall mehr Episoden, Videos, wie auch immer. Achso. Also das ist, daran werde ich mich niedergewöhnen. Sag ich dir jetzt schon. Ja. Das merke ich. Aber ich bin eigentlich der Meinung, ich drücke die ganze Zeit, ja. Und irgendwie brauchst du immer noch mehr. So viele Einheiten kann man da ja nicht haben. Naja, ich muss halt nicht nur ein Fahrzeug bestellen. Ich muss ja Notärzte und Dings bestellen. Und die ja immer wieder. Deswegen sage ich, und das wäre geiler gewesen, wenn man will. Ich meine, klar, dass man jetzt nicht Polizei und Krankenwagen und Sätze so bestellt, wie wir jetzt bei Emergency 5. Aber wenn man vier Sanitäter braucht, braucht man vier Sanitäter. Dann kann ich dafür mal aufdrücken. Ach, da war noch ein Opfer? Ist ja tot. Äh. Den tut er gerade. Ich hab' ich gar nicht gesehen, Opfer. Und ich hätt' ihn vielleicht zuerst behandelt. Ich hab' nur den Infizierten da gesehen, aber nicht den Toten. Ah, ich hab' schon wieder eine neue Auszeichnung. Der Notarzt konnte das Opfer nicht wiederbeleben. Es ist gestorben. Na, ist halt gestorben. City Center. Kann ich jetzt nicht erinnern, dass der gestorben ist. City Express. Schrecklich leicht. Ja, ne. Seid mir auch immer. Ja, dann bitte den dafür behandeln. Der nächste in der Liste. So, Hundestaffel kann abrücken. So müsste die Aufgabe gleich abgeschlossen sein, ne. Der Liste ist erledigt, ja. Warum kommt noch ein Krankenwagen angefahren? Der ist leer, ja. Ich hab' ja noch ein Krankenwagen bestellt. Weißt du nicht. Den brauchte ich hier nicht mehr. Ja, na gut. Okay, dann fährt er woanders hin. Was muss man jetzt machen? Was schuldet einfach so wie dann, ja. Kein, hier brauch ich noch einen Krankenwagen. Der ist gerade schon gestürzt. Du sollst ihn behandeln. Normalerweise würde das technische Hilfswerk ja jetzt natürlich wahrscheinlich alles wegschieben und alles sowas, ne. Ja, normalerweise schon, ne. Aber ich glaube, ich hab' dafür gar kein Fahrzeug. Kannst du ja mal rübergeben. Wir haben einen Kran, Abstoppfahrzeug, Einsatzkraftwagen und eine Bergungshelikopter. Mehr haben wir nicht. Ja, wir sind schon auf dem Tod, oder? Gucken wir mal. Ja, das war aber die Lawine. Aber man musste hier oben dieses Wrack vielleicht, dass das war ein Auto, das explodiert ist. Bei der Gasexplosion. Das musste abtransportieren, das Auto. Ach so. Weil das ist auf der Karte immer noch orange markiert da oben. Ja, das sehe ich auch die ganze Zeit. Dann schick mal rüber. Dann hole ich diesen auch ab. So. Der Notarzt konnte das Opfer nicht wiederbeleben. Es ist gestorben. Deswegen ist es viel geschlagen. Was? Weil ich mehrere Tote hier habe mit dem Dings hier. Aber meine Gastleitung ist halt explodieren, ne. Ist halt fertig, ne. Ist grün. Naja, aber trotzdem hast du halt das Dings einfach noch liegen, nur einfach, ja. Ist halt auch trotzdem fertig, genau. So. Ich habe noch einige Sachen hier noch zu, einige noch zu versorgen, wie du siehst. Ich fühle mich schon mit den Notärzten von Opfer zu Opfer karren quasi. So, da sind wir schon. Wenn wir mal den hier abschleppen. Fährt natürlich nicht rein, stellt sich da genau durch den Zaun durch. Passt. Ja. Aber jetzt ist es halt weg sein. Ja. Es war ein Truck gewesen, der explodiert ist. Hm. Genau. Wie lange kann es auch brauchen, die wieder in Ordnung zu bringen, die Leute. Ja, manchmal ist schon sehr langsam, ne. Lebt der noch? Ne, der ist schon tot. Drei Tote? Aber der hier lebt noch. Der lebt noch. Der lebt noch. Hast du einen noch entdeckt, ja. Schnell. Der hätte noch eine Weile ausgehalten. So. Der ist tot. Tja. Wieder einer weniger. Der Notarzt konnte das Opfer nicht wiederbeleben. Aber ist jetzt gestorben, ja. Es ist gestorben. Es ist gestorben. Trotzdem muss ich es dann mit dem Krankenwagen abtransportieren. Tja, ja. Das heißt, ich brauche noch mehr Krankenwagen. Das war ein Wink mit dem Zaunfahrt. Ich habe gesagt, ich brauche mehr Krankenwagen. Tja, ja. Das gibt es ja wohl nicht hier, ey. Tja, ja. Tja, ja. Tja, ja. Tja, ja. Tja, da habe ich das nicht so. Weil du brauchst ja aktuell überhaupt keine Fahrzeuge. Da guckst du einmal auf dein Handy. Weil dann will er wieder irgendwas. Tja, und du brauchst ja aktuell überhaupt keine Fahrzeuge. Tja, ja. Tja. Ich brauche einfach nur noch andere, weil ich erstelle ich die Krankenwagen neu hast, den ich da rausholen muss. Du holst einmal die Feuerwehr raus. Die steht dann draußen so lange, bis die Feuerwehr gelöscht ist. Tja. Tja. Tja, die Notärzte bleiben so lange draußen, bis alles lediglich ist. Aber danach brauche ich ja immer noch die ganzen, das ist ja niedliche. die ganzen krankenwagen ja immer wieder noch so hier ist hier ist kaum neun da war aber die kandidation letztens gewisse gasleiter so mach mal so dann brauchen wir das einmal noch mal rüber ja ja ich schicke gleich weiter man muss noch eine lotte einsammeln gerade noch so fahrzeug steht zur verfügung es bringt es bringt weil ich tue gerade gott gerade abschließen dass ich nur noch alle drin schicke jetzt macht jetzt alles auf den weg rein wieder schön dass bei den bränden hier nicht auch noch die opfer sind ständig wir laufen aber halt immer lang gehen also kann schon passieren könnten welche passieren da wieder hagel toll kann mir gerade alle reingeschickt wirste also gleich bei euch wieder alle weil sie alle stürzen die blöden würde ich liebend gern tun also ich drücke die ganze zeit und trotzdem meckert da rum her also an der ecke kann ich echt dauerhaft stehen lassen habe ich ständig weil ich ständig was an dieser blöden ecke wo die beiden wagons in der zeltchen stehen höre habe verstanden da ist ständig irgendwas höre was gibt's so jetzt ist der punkt jetzt habe ich ja gerade mal die vier notärzte draußen der feuerwehrmann kommt mit dem schlauch mit nahe genug an das zielobjekt an bräuchte noch die ganzen krankenwagen quasi dazu halt ja komm bevor du jetzt da wieder und hol dir lieber den feuerlöcher ja ja wir mussten eh wieder rennieren ne wahrscheinlich ja hm ich will mich von ausgehen ja verstanden so schon transportfähig der eine der auch schon der wird noch nicht versorgt können wir uns jetzt gleich mal dringen fahren wir den karl von der straße runter dass ich auch durch die Wetter fahren kann na komm so ja du musst dich auch sehr genau treffen immer auch das ist auch so ein Punkt mit den äh mit den Aktionen die man ausführen möchte immer ja komfortfähig ja ich werde gleich einen krankenwagen brauchen mal ein bloßes Sturz ein bisschen meine Güte Leute äh weicheier ja immerhin feier um so ja so so ja ja und wird es wird eng für dich ja wird eng für dich ich versorge hier gerade alles und schick ja alle schon zurück gerade weil er wirklich schnell ist mit dem eisregen ein opfer ist noch aber auch schon versorgt es muss nur noch abgearbeitet werden weil der weiteste weg bis dahinten so brand ist auch weg haben wir es geschafft ja ich würde auch sagen alle vier opfer versorgt wir beenden denn auch die folge jetzt hier mit emergency 2012 ist jetzt ein bisschen kürzer geworden die folge aber ihr habt ja bestimmt schon im hintergrund gehört und ja wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge wieder denn aber halt mit dem sturm oder mit der der hitze karte wenn wir mal gucken je nachdem aber ich muss auch sagen also mir gefällt das hier irgendwie mehr emergency 2012 das ist halt wirklich abwechslungsreicher irgendwie wir sehen uns aber zur nächsten folge wieder bedanken und sagen schon tschüss und wie immer bis zum nächsten mal Tschüss. Tschüss.